Wir waren vor der Partie schon für das Viertelfinale qualifiziert, deshalb haben wir einige Spieler geschont. Das hat man natürlich auf dem Spielfeld gesehen, wir waren nicht gut organisiert und Chile hat uns einfach überrannt. Die Chilenen hatten im Vorfeld des Spiels einige Probleme und wollten unbedingt eine gute Leistung zeigen. Das Ergebnis ist natürlich kein Schönes für uns, aber dennoch lassen wir uns davon nicht beunruhigen. Chile hat einfach stark gespielt, deshalb kann das Team auch stolz sein. Wir dagegen bleiben ruhig und entspannt, weil wir wissen, dass wir es besser können.